Vati und Mutti, ich bin schwanger. Und wer ist der Vater? Und wir sind gegen Flüchtlingsheime. Und wir sind gegen Arbeitslosigkeit. Was passiert, wenn ein Afrikaner die Ideologie von Wutbürgern übernimmt? Diese Menschen gehören nicht zu uns. Sie sind Kulturfett. Wenn er Neonazis von rechts überholt. Das Undeutische muss vernichtet werden. Das ist natürlich nur ein Scherz. Für Deutschland. Für Deutschland. Für Deutschland. Dann ändern sich die Spielregeln. Ausweiskontrolle. Du bist Deutscher? Ja. Sa, ein deutsches Gedicht. Der nächste hier im Bus. Der Undeutschlande. Siegt raus! Sikomoja Mumandi ist der schwarze Nazi. Folgen Sie ihm auf seiner Safari durch Ostdeutschland. Erleben Sie sächsische Rituale. Der Odin und sein Pferd. Und deutsche Gastfreundschaft. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber hast du dir das gut überlegt? Ab April sehen Neonazis und Wutbürger schwarz. Das reicht doch aber jetzt, ja. Und das ist nicht so, ja. Und das ist nicht so, ja. Und das ist nicht so, ja.